Hallo und recht herzlich willkommen beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Samsung Galaxy A23 5G die SIM-Karte einsetzen kann. Dafür brauchen wir neben dem Telefon den sogenannten PIN. Und der ist Teil dieser Box. Hier war das Telefon drin vorher. Und hier, da wo das Kameramodul war, hier in dieser Aussparung, haben wir hier diesen PIN. Einfach die Flügel stutzen und er ist befreit. Alternativ kann man natürlich auch immer die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So, und wenn wir das Telefon jetzt so haben, finden wir auf der Seite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und unter dem SIM-Kartenhalter gibt es ein kleines Loch. Und jetzt kommt die Spitze des PINs bzw. der Büroklammer ins Spiel. Den stecken wir nämlich da rein, ein bisschen drücken und der SIM-Kartenhalter kommt zum Vorschein. Okay, bei diesem SIM-Kartenhalter hat man die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzulegen. Neben einer Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Wir fangen einfach mal an mit der ersten SIM-Karte. Die kommt hier in die Mitte. So, und da gibt es eine fehlende Ecke bei der SIM-Karte und die kommt hier auch zur fehlenden Ecke. Das passt nicht anders. Und die Kontakte, die sind ganz unten. So, und wenn ihr denn möchtet, könntet ihr hier auch eine zweite SIM-Karte, wie gesagt, einlegen. Das ist optional, ne? Wenn ihr eine zweite SIM-Karte einlegen wollt, packt ihr hier an die erste Position. So, wieder selbes Prinzip. Auch hier wieder fehlende Ecke zur fehlenden Ecke. Und die Kontakte sind natürlich auch hier ganz unten. Okay. Und den Speicher kann man auch erweitern, wenn man dann möchte. Die SD-Karte würde dann hier am Ende hinkommen. Immer in dieselbe Position. Ruhig ein bisschen drücken. Manchmal gibt es so ein kleines Klickgeräusch. Also richtig reindrücken. So sieht das dann aus hier. Und natürlich kann man die Micro-SD-Karte auch nur mit einer SIM-Karte benutzen. Also egal, ob zwei oder mit einer. Geht immer. Und auch hier sind die Kontakte ganz unten. Okay. Wenn ihr fertig seid, steckt ihr die SIM-Kartenhalter einfach wieder rein ins Telefon. Neue Konstruktion. Ein bisschen schütteln, falls ihr hakt. Und schön zumachen. Ganz wichtig. Okay. Das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr da möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Oder gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Das unterstützt meine Videos sehr. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos gemacht. Wenn ihr da nochmal einen Blick drauf werfen möchtet. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.